Panna driftet jetzt auch mal eine Runde. Jungs, wir haben was ganz Besonderes geholt für die Challenge. Es wird witzig, ich sag nur eins, der Panna kann da leider nicht witzig. Zoomer ist ein schönes mit Panna aus. Der wird schon seine Bestrafung bekommen. Das Erste ist die Braunsäure, kennt jeder. Dann haben wir Hundefutter für den Yannick. Das ganz Besonderes habe ich besorgt. Weder kosten noch mühen dich heute. Vielleicht könnt ihr hier ahnen, um was es sich handelt. Wir können es sich umgehen. Ich weiß es nicht. Und hier, Jungs, hier haben wir es. Wir haben dabei Mehlwürmer, Heuschrecken und Grillen. Ich hoffe, ihr seid gespannt, wer das heute essen darf. Guckt euch mal die Fahrräder an. Es ist halt einfach gar nicht geil. Hey, Jungs, hey, Jungs, hey, you're crazy. Hey Leute, wir machen einfach ein Fahrtab. Ich hab doch vorhin so ein Stabbing hingekriegt, aber egal. 1,0. Hey, das ist schon 6 Uhr. Wir sind auch genau nicht gekocht. Was hast du vor, Janik? Ein Uncheck. Ich ja auch. Ich bin jetzt wieder dabei so ein Rundrecht. Chickensäure, kommst du aufhör. Das ist schon mal schön. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt wieder am Rundrecht. Ich bin jetzt wieder am Rundrecht. Geh rein, dann zählst du das Gut zum probierst. Jo. Jo, kann man fast zählen lassen. Ich mache das als Hälte und dann an die Straße. Jo, Lukas. Ach, Lukas. Junge. Jo. Alter. Lass was straighten mit der Kurbel drauf. Weiter. Oh, der wär so gut gewesen. Cool. Oh, der ist einfach nur eine Bade. Uiuiui. Alter. Okay, mal hier mal hoch. Mal rein und... Ach so, tsch. Dann denkt man, es ist gar nichts. Dann denkt man, es ist gar nichts. Rock. Zutsch. Jo. Möchtest du auch machen? Ja, fast. Was denkst du, Robin? Es geht. Ich brauche mal die Tries. Ich muss mich da rein gucken. Ja. Ich denke, wie der das ja... Just try or die. Just try or die. Ich bin schon live. Ja. Ich mach jetzt hier nur ein ATI einfach lieber. Commitment. Ja. Sehr süß. So Leute. Was ist mit dem Video? Wieder ist es weit vor der Schließung. Ein etwas kürzeres Video. Aber auf jeden Fall. Sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wie es Leute? Die Kette ist runter gesprungen. Ich wollte den Step Up fahren. Bin voll mit der Schulter dagegen. Wir wissen jetzt nicht, was es ist. Aber es sind alles im Papier und fahren. Geht heute hin.